Okay, leid euch zurück und gehören durch, HapticRushes, ja hier willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir COD Mobile und ich habe zwar einen Controller verbunden, ihr seht es hier, wenn es rot leuchtet, ist er eigentlich mit dem Handy verbunden, aber es geht noch nicht. Und wir sind direkt in einem Spiel, eigentlich wollte ich, ist mein Controller jetzt verbunden, Big Papa Doggy. Oh, es geht, es geht. Okay, ich habe so viel Delay, oh mein Gott, ich kann nicht rein, ey, warum? Warte mal, ich habe Delay des Grauns. Ich glaube, ich muss doch auf dem kleinen Monitor spielen. Oh mein, nein, was? 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 Die checken gar nicht? Warte, spiele ich gegen Bots oder sind das... Alter, die checken ja null was, nein, das kann nicht wahr sein, das sind Bots, oder? Die erste Lobby sind doch immer Bots. Oh, UAV aktivieren ist ganz klassisch, wirklich ohne Controller sind die Leute aufgeschmissen, die können nichts, alter. Ich mache noch leer mit Messer, let's go. Noch einer? Ich mache einfach nur leer mit Messer jetzt direkt. Let's go. Noch einer? Let's go. Let's go. Also die checken gar nichts. Ich kann hier nicht raus, oder? Kann ich hier raus? Ja, ich kann hier raus, oder? Ja. Ja, checken nicht. Wirklich, mit Controller ist man so im Vorteil, weil die Leute wissen nichts, sie wissen nicht, wie sie laufen sollen. Was ist das? Das ist COD aller Zeiten. Noch einer? Der muss mich haben. Ne, hat er nicht, ist ja klar. Ich meine, ich habe wieder meine Streaks, alter. Ich zocke auf dem... Oh. Äh, ich sehe es nicht. Scheiß drauf. Gehen wir erstmal... Oh, zack. Let's go. Jetzt habe ich endlich normale Waffen. Aber warum aimt der nicht rein mit der Waffe? Oh, man kann hier sogar sliden. Hier ist ein richtig geiles Slide-Movement. Lol. Ich wollte eigentlich erst ein bisschen reden und sagen, was wir machen, aber okay, ja gut. Dann zocken wir halt jetzt so schon. Jetzt glaube ich jetzt komplett aus dem Hitfire spielen muss. Ja, okay. Ist aber auch kein Problem. Ey, aber es geht bis jetzt, oder? Ja, okay. Ich... Aber man kann so sliden und dann richtig movement hiten und so jump schon. Oh, was... Oh, die armen Gegner. Was wollen die tun? Das tut mir so leid. Ich Papa-Doggie sieht aber nicht so froh aus. Er hat keine Mino-Verzug... Oh, nein. Ja, perfekt. Es kommt Werbung. Let's go. Oh, ja. Okay, perfekt. Erleben Sie die neue Karte Stack und an sich... Alter, die haben so viel. Die haben mehr als in jedem anderen C-O. Das regt mich so auf gerade. Sie haben Slums, sie haben Dome, sie haben Crash, sie haben Standoff und sie haben Meltdown. Aber habe ich noch nicht runtergeleicht. Ich habe so viel. Sie haben sogar DLC-Maps aus BO2. Dann zocken wir eine Runde Raid. Man kann sogar die Map auswählen. Luft-Känguru. Gut geschrieben. Ich bin mir sicher, dass es nicht extra war. Ich glaube, er hat es wirklich aus Versehen so geschrieben. Oh, der denkt, das wurde so gesch... Warte, kann ich jetzt rein-aim? Mann! Pass es nicht, dass ich hier scuff-jumpe. Ich scuff-jumpe in COD-Mobile. Das hätte ich damals nicht gedacht. Sind die Basketbälle hier? Ah, leider nicht. Aber dafür ein Gegner. Trifft ja was. Schießt der überhaupt? Ne? Also, das ist... Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es war kein Bot. Es sind keine Bots. Es sind richtige Gegner. Guck mal, wie schlecht der ist. Guck mal. Guck mal, wie sch... Nein. Nein. Der ist doch nicht echt. Das sind keine Bot-Gamer-Tags. Das sind echte Spiele. Zeig mir wieder dein Gesicht, wie es sich nicht bewegt. Perfekt. So, der blinkt. Okay, jetzt sind beide verbunden. What the fuck? Shoot House aus MW sogar. Die nehmen aus allen CODs das Beste. PDW. Alter. Ist die HG40 nicht aus IW oder AW oder so? GKS aus BO4. Corded. Shikom aus BO2. Razorback aus BO3. MSMC. Faro, Digga. Die MP5, aber die heißt hier anders. Fennec ist sogar da. Striker. Neu. Ach komm, nehmen wir die einfach. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was für ein Geist ich beschwört habe. Ich bin vollkommen ahnungslos. Bleibt einfach dran, ihr kleinen süßen Hündchen. Jetzt spielen wir mit Striker. Und wirklich, ich habe ja dieses Video gemacht, Black Ops 3 auf der Playstation 3. Mein letztes Video, falls ich es gesehen habe. Oder mein vorletztes. Ich bin mir gar nicht sicher. Warte, kann ich hier aimen? Ne, es geht nicht. Es liegt nicht am Controller. Black Ops 3 auf der PS3 sah gar nicht unwesentlich besser aus, als gerade Dome auf dem Handy. Oder? Egal, wir spielen einfach mit der Striker. Da muss man eh nicht aimen. Okay, aber die ist gar nicht so OP, wie sie sonst in anderen CODs ist. Kann man auch nachladen. Abbrechen kann man. Kann man. Nein. Nein. Man kann richtig Movement hitten. Warte, da ist noch jemand. Nein, 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 nein. Shotgun. Digga, ist das so lächerlich. Ja, wenn man nicht aimen kann, nimmt man einfach eine Shotgun. Das ist so schlimm. Ich spiele nur ein COD-Mobile Shotgun. Ganz ehrlich, wenn COD-Mobile ernsthaft spielt, also wirklich so aktiv, der hat auch die Kontrolle über sein Leben verloren. Weil man kann es halt auch auf der Konsole spielen. Aber irgendwo versteht man es. Ich meine, es ist auch gut, aber trotzdem ist es halt auch ein Handy. Da hat man es auch verdient, von einer Shotgun geholt zu werden. Die Mann macht das schon, oder? Ne, macht er nicht. Dann mache ich es. Ah ja, aus BO2 die Streak. Let's go. Hunter Killer war echt so abfuckend. Leut, er ist von der Hunter Killer da hoch. Oh, ich habe einen Specialist. Warte mal. Uh. Ja, moin. Let's go. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst hier drin. Nein. Digga, was muss ich hier sehen, Alter. Das macht so Bock. Oh mein Gott. Oh, da will jemand B einnehmen. Ich habe noch gewartet, bis sie mich sehen. Die sind so shit. Man kann ein Foto machen. Oh. Und speichern. Geile Animation. SEK gegen Gorilla. Das ist so gut gemacht. Aber, wenn die Gegner so schlecht sind, Alter, messer doch. Messer doch, meine Fress. Dann gehe ich halt drauf. Wenn die Gegner so schlecht sind, dann macht es keinen Unterschied. Die treffen keinen Schuss. Die treffen keinen einzelnen Schuss. Ohne raus. Da ist noch. Ja, und mein Team jetzt merken auch nicht. Alter. 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 Komm, ich laufe mal einfach und schieße einfach nicht, okay? Die sind alle hier drin. Alle drin. Ich kann nicht. Ich muss. Ich muss reinballern, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Na komm, es geht weiter. Wirklich, ich hätte ich eine hohe Streak. Ich hätte mich schon 13 Mal erreicht. Ah ja, hier. Na, komm rein. Alles gut. Also wirklich die größten Bobs spielen sie. Jetzt weiß ich auch, warum die eine Milliarde Umsatz gemacht haben. Weil die sich wirklich was kaufen in dem Game. Sie machen es einfach. Ich höre hier auch alles. Ich spiele halt mit Astro. Die sitzen da zu Hause mit dem Controller wahrscheinlich auf der Kopf. Gaff in der Hand, die hat es nicht mehr aber eben gehabt. Und ein Astro auf dem Kopf. Also es ist so lächerlich. Es ist so traurig eigentlich. Es ist traurig, dass ich mit Astro COD Mobile spiele. Na komm. Leid euch alle. Danke. Na ja, wer ist Fan mit dem ganzen Tag spiel. Ohne Wiss, Recruit Bots in dem COD auf Konsole sind besser als die. Die Mails checken wieder. Sehr viel, sehr gut. Es darf nicht stimmen. Also ich meine das ernst. Ich meine das darf nicht wahr sein wortwörtlich. Ich weiß, ich sage das häufig. Aber es kann einfach, also in keiner Welt dürfte das hier passieren, was gerade passiert. Wette Royale ist neu, neuer Modus. Na gehen wir mal rauf, oder? Wir sind schon drin. Wie schnell das geht? Viel schneller als auf Konsole. Let's go. Oh, wie geil, hä? Wie sich alle messern. Oh mein Gott, wie viel Blut rauskommt. Ja gut, ich spiele Solo. Es ist keine Nuggets joint. Perfekt. Alter, was? Nein. Alter, wie gut das aussieht, oder? Also jetzt ist alles Trash da hinten, aber so. Warte, wo mache ich meinen Fallschirm auf? Ach, automatisch, okay. Oh, geiler Sound. Hört euch das mal an. Yo, was ist das? Hä? Hä? Ach, ich komme wirklich einen Meter zurück damit? Ah, perfekt. Alter, das ist doch so ein Zombie-Mod. LOL. Okay. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ich fick doch. Nein, den hole ich mit dem Messer, okay? Der ist tot. Ich glaube, ihr revivet ihn, oder? Nee. Na, dann hole ich mir den. Tschüss. Oh, Bison. Oh, mein Finger geht so schnell, alles zu picken, ne? Ah, da ist er. Hallo. Ach, Mann. Oh, nein. Oh, es gibt sogar... Ah, Third Person und First Person. Jetzt bleib doch mal hier, Bro. Chill doch mal. Nein, er versucht wegzulaufen. Er hat noch Hoffnung. Bitte, bleib doch einmal kurz stehen. Mann, okay, dann verpiss ich, Alter. Oh, da kommt schon der nächste, glaube ich. Ich muss kurz nachladen. Ah, geht der mit? Nein, nein. Dann treffen wir ihn. In einem Einzelschutzmodus. Wusste ich gar nicht. Und tschüss. Na, hallo. Hi, ich bin Jem. Tschüss. Ja, aber vier Kills. Mehr als in Warzone. Let's go. Komm, du lass mich doch. Oh, der ist sogar gut. Ah, aber nicht gut genug, doch. Ah, jetzt. Ah. Ah, der Ball hat sich... Das ist eine Mischung aus Warzone und Blackout. Geil. Also das Motorrad lässt sich besser steuern als in Warzone. Und no joke, das klingt mehr nach Motorrad als in Warzone. In Warzone ist einfach ein Moskito. Warte mal. Oh. Man kann hupen. Wie geil. Okay, jetzt kriegen sie das Motorrad scheiße. Oh, der will nicht. Oh, tut mir leid. Ist dein Team hier? Nee. War das nur einer? Geh wieder hoch zu meinem Motorrad. Zieh mich hoch. Hallo, Motorrad. Hallo, Jem. Let's go. Drinnen wird geschossen. Da misch ich mich mal ein, oder? Ah. Ah. Schade. Tut mir leid. Es ist gefühlt das beste COD der Welt. So viel hängt mit Lobbys zusammen. Guck mal, ich hab mich angekündigt. Der hat sogar mit Hupe. Diese mehrere. Einer ist hier. Der hat sogar ein bisschen Movement. Okay, was hab ich mir gedacht. Der hat absolut keinen mehr. Oben ist einer. War sogar gut, der Kill hinter mir. Ich sollte nie wieder Warzone spielen. Das ist mein Battle Royale. Oh, irgendwo wird geschossen. Ich geb mir ganz kurz die Platten hier. Er sprintet wenigstens. Das heißt, er ist relativ gut. Okay, doch. Let's go. Oh, da ist er noch. Oh, let's go. Jetzt hat er mich mitbekommen. Oder bekommt er überhaupt was mit? Nein. Der ist gut. Nein. Oh mein Gott. Der war echt gut. Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Gib das hier schnell. Holy shit. Der war gut. Warte, was ist das? Was hab ich da? Ist das eine Drohne? Hä? Was ist das? Digga, geh mal runter da. Ich will da runter. Ich will das nicht. Oh, links von mir. Der ist sofort down gewesen. Da mir hat ja noch jemand geschossen. Und. Oh, man kann sich an einem Kaktus verletzen. Wusste ich gar nicht. Es hat sogar ein eigenes Kaktusverletzzeichen. Ich fick meine. Ah, da ist einer. Ne, wir laden ab. Der ist hier hinterm Bus, oder? Ja, da ist er. Na, komm. Warzone win. Warzone sag ich schon. Wie heißt der Modus überhaupt? Battle Royale win. Mit 16 Kills. Es ist. Ich. Macht euer eigenes Bild dazu, Leute. Und machen wir davon noch ein Foto für Twitter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr ja, lasst unbedingt ein Like da. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin irgendwie leicht verwirrt. Egal. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein.